Boah, Mann, renn mir doch nicht in den Schuss rein! Rennt der mir einfach voll die... Wow, 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 da sind noch ein paar. Alter, da hinten auch. Alter, ich werde fertig. Ich werde fertig. Ich bin fast tot. Regenerieren oder irgendwas fressen. Was ist einfach los? Ja, zwei runter. Ja. Drei, zwei, eins. Session start. Start. Hallo! Herzlich willkommen mit Spaß mit Flaggen, äh, GTA 5. Ja, wieder die glückliche Runde zusammen. Hier rechts neben mir der Digi-Gamer, der sich hier so ein bisschen abseits der Gruppe gestellt hat. Ja, wohl, wohl. Dann der Brain hier ganz, ganz stolz hier mit seinem Crew-Emblem auf der Schulter und auf der Brust. Und, äh, ja, über den Don, da verliere ich mal lieber kein Wort. Ja, ja, ich mache eine Präsentation an dieser wunderschönen Tafel, diese Brainiacke-Pullertart. Ne, die Powerpoint. So ein typischer Hellbilly, ne? Was ist da eigentlich drauf auf deiner Hose? Da sind, da sind Blumen, oder? Also so Ananas und sowas, oder? Oh, ist er weg. Ne, da ist, Papageien sind da drauf. Papageien. Und jetzt sind Papageien drauf. Und du willst, wenn du willst, was drin ist? Wird heruntergeladen? Ah. Nein, ich, äh, du jetzt den... Ah, okay. Ähm, Munition alle kaufen, Standardpanzer und kaufen, so. Oh nein, zurück, zurück, noch nicht starten, noch nicht starten. So, jetzt starten. Okay? Ja, ja, ja. Okay! Hot, 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 hot! Achso, jetzt muss ich, äh, geschlossen, offen. Three! Hast du eine Leitung? Wir sind doch alle schon da, ihr seid doch alle da, ne? Ja, 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 ja. Seid alle da, seid alle da, gut, gut, gut. Uh, zwei mal 18 haben wir dabei. Zwei mal 18, ihr seid schon 18, Benning, der 16. Ja! Juhu! Also Benning, du darfst doch nicht fahren und kein Alkohol. Doch, fahren darfst du schon, oder? In Amerika, hab 16. In der Welt, Erwachsenen, mit Erwachsenen. Achso, jetzt sind wir auf einmal in Amerika. Wo hab ich denn die Tür auf? Achso, dann hat er sich den Hut hier abgelegt. Dann hat er sich den Hut hier abgelegt. Dann hat er sich den Hut hier abgelegt. Wie so ein Schwulen, glaub ich. Hi, hi. Hi, hi, hi. Ja, ja, hm. Oh, ja, komm rein! Beweg dich, du Fettsack. Oh mein Gott, ey. Beweg dich, du Spass. Blödersack. Kriegt wieder so ein tolles Foto. Erstens, ihr kennt bestimmt Don, natürlich kennt ihr Don. Und wer kennt Don? Er hat gesagt, er steht auf Rote Dildos. Er hat gesagt, er steht auf Rote Dildos. Oh, kann ich so weit von mir. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Was? Was? Ja, was? Ja, das ist die Aufgabe, ne? Ja, gut. Alles klar. So, das, was wir machen, ist natürlich die Zugangscodes. Bei die Zugangscodes, äh, werden wir in die Stadt, ähm, werdet ihr ja gleich sehen. Ähm, werdet ihr natürlich in die Stadt. Ist ein bisschen, müssen wir uns da richtig positionieren, ne? Weil, ähm... Also einer muss aber hingehen zu der und die anderen drei, äh, gucken einfach nur, oder? Ja, ne, ne, ne. Ja, ne, 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 also, ja, ja, wir werden's gleich sehen, wir starten's jetzt. Und dann rumstehen wir alle ineinander, das sieht komisch aus. So als so schwarz-weiß, weiß-schwarz. Okay. Seh ich gar nicht. Ich war auf diesem Zoom-Dings da. Ja, alles aktiv hier, Schwierigkeit, äh, okay. Ja, alles aktiv, okay. Ja, ich hab jetzt normal gelassen, ne? Ja, wie viel, wie viel bringt das ungefähr am Ende, so insgesamt? Ähm, der Auftrag hier? Ja. Äh, wenn ich hier um 50 zahlen muss, ich glaub, das war ja draußen. Wer macht was? Äh, ich bin hier Käufer, anscheinend. Achso, wir können hier wechseln. Ähm, ihr müsst jetzt Posten auswählen, ne? Also, äh, ihr habt hier oben Teams, könnt ihr wieder gucken, es gibt den Leibwächter, ne? Ja, dem bin ich dort. Da steht unten mit. Dann gibt's den Käufer, das ist, äh, lass mal Pillow gleich machen. Verhandelst quasi, du verhandelst quasi mit der, mit Artusi da, ne? Und dann, ähm, Posten Norden und dann... Ja, ich bin im Süden, genau so ist es. Ich bin in die Situation, genau. Der Hübscheste darf natürlich mit der Frau reden, ist ja klar. Dann mach ich Leibwächter. Ich bin bereit. So, okay, alle bereit? Jo, wir los. Ich hab extra den Gepanzerten jetzt rausgeholt. Ne? Den mal kräftig auf den Tisch geschlagen. Wo ist denn mein Adda? Mit wem, wo ich mitfahren? Mit mir. Ist egal? Ist egal, wo wir mitfahren. Ich fahr aber mit meinem Auto. Ja, warte, ich komm mit dir. Ah, wo bist denn du? Dahinten. Links. Warte, bleib ständig, hol dich. Ich fahr einfach mal hier vor. Aber der Gepanzerte ist gar nicht so... Ja, jetzt hast du mein Fenster eingeschlagen. Aber der Gepanzerte, den der Don hat, der ist extrem schnell eigentlich. Also der geht schon ganz schnell ab. Und ähm... Krading hat's ja schon gemerkt. In dieser einen Mission, ne? Da war der schon ganz gut, ne? Der war echt geil, ja. Der war richtig gut. Also auch sehr... Was, was, was wir noch mal als Gruppe machen könnten, ist so ein bisschen die Autos... Vorsicht, ich komme von rechts. Ja, ja, ich bin schon... Die Autos sind ein bisschen breit. Du musst immer so 20 Renten gewinnen, oder sowas, ne? Das irgendwie überfahren worden sind. Dass wir alle zusammen so ein bisschen reinfahren. Genau. Dann fahr mal rein. Okay, 50G fährt nicht rein. Die Autos schon mal so ein bisschen hinstellen. Genau. Ich stelle mein Auto mal so hin. Hey. Also die kommen jetzt, äh, vor der Position geht... Warte mal, hier, hier, da kommt der auch aus der Ecke. Okay. Oh, jetzt, guck. Da kommt, äh, die Frau mit den hauptsächlichen, äh, Akteuren dieser ganzen Geschichte. Wo? Der hinten beim Bitchy? Nein, 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 nein. Der vorne beim Eingang, wo wir gerade reingefahren sind. Okay. Hier an dieser Seitenkasse, hier links kommen sie, und hinten beim Bitchy kommen sie. Genau. Das kenne ich auch noch. Also, wir müssen uns wirklich ditchen, du brauchst den Norden, oder? Sehr einfach hier im Norden, genau. Ja, dann guck ich hier, dann positioniere ich mich hier am Auto vom Don. Auf jeden Fall so, dass wir, ich hab's extra so hingestellt, dass es ein bisschen abhält, ne? Ja. Nur nicht starten, ich muss mal einen Tick leiser machen. Ich fisch das... Ja, okay. Ich fischte euch nicht. Alles klar, also ich bin bereit, ich bin hinter Don seinem Auto, und kann... Das muss ich machen, einfach warten, oder was? Oder, ne, ihr müsst euch erst positionieren, oder was? Ja. Ihr müsst euch erst positionieren, oder was? Okay. Äh... Brain, magst du nicht... Achso, der Digi klettert hoch, okay, gut. Ja, ich muss hier hoch. Ja, okay. Wer hat auch am Anfang viel mit einer Raketen drin, da will von der Arbeiten, wie gesagt, ihr müsst euch da wirklich ganz gut decken. Am meisten wird hier vorne kommen und hinten, dann müsst ihr wirklich gucken, dass da... Okay. Was hab ich schon... Ich hab... Warte, hast du schon gestartet? Sonst wollte ich mein Auto schnell wegfahren. Nee, nee, was ist wegfahren? Die kommt gleich hier, die Tussi, ja? Ja, die Tussi schon, nee. Die Position schon, nee. Die Position, die muss doch auch noch hinten hoch, oder? Ja. Ja. Ich will mein Auto nicht verlieren. Die kommt gleich, da gibt's eine kleine In-Game-Szene, die Szene kann man leider nicht abbrechen, bei Spinnen und Sachen. Ähm, kommt bei mir irgendwelche Leute, die ich mit, ähm, Panzerfaust weg? Ähm, ich bin ein bisschen verkackt mit der Aufnahme. Aber bei mir ist der gerade in den Fenstermodus gesprungen. Muss ich direkt ne Waffe ziehen, oder soll ich die erstmal weglassen? Ja, ich lass die erstmal weg. Okay. So, ich komm, der ist nur noch ein bisschen Kontakt. Was für ein Punkt? Mein Auto kann ich aber da stehen lassen, oder? Das muss jetzt nicht... Da kommt sie doch, oder? Ja. Und, ähm, übrigens, die nächste Szene, die jetzt kommt... Ähm, das ist typisch Klischee. Typisch im Spiel, auch typisch im Film. Ja, wir werden gleich sehen. Okay. Oh, gib mir ne Ups. Ich durfte, wusste gar nicht, dass sie weit weg genommen. Ja. Der Don hängt bei mir da ein bisschen, also, ähm, hat wieder ein bisschen Blech an die Stimme, ne? Ja, ja, aber das ist mir jetzt wurscht. So schlimm, ich hab doch gar nichts geändert, letztens. Ja, das liegt irgendwie an deinem Internet oder so, vielleicht... Das, äh, geht vielleicht gleich wieder, denk ich mal. Ich bin zur Freude, die ganze Zeit zu stehen, ich setz mich mal ins Auto. Hä? Warte mal. Oh mein Gott, wie lange dauert es dann da hinten? Kommt doch jemand, oder? Da ist ein roter Punkt, roter Kreis. Da rennt jemand weg. Da kommt sie doch, da, hier, Auto. Da ist ein roter Kreis schon wieder. Ja, jetzt, jetzt gibt's das gleich genau, jetzt gibt's ne Info und... Pst, pst, pst. Alright. Guck dir eurem Fahrrad an. Die eurem Fahrrad an. Ich eh. Ja, stimmt immer zuerst. Ja, ja, stimmt. Der wird gleich als ist das abgeknallt. Boah, verratet doch nicht alles. Spoiler! Boah, der ist tot. 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 Wo ist denn das Auto? Wo ist das, wo ist, wo ist, wo ist dein Auto? Ja, das ist im Video, das ist ein Ding, so, du musst da ins Auto, oder? Ah. Okay, ist weg, okay. Ne. Ähm. Euer... Ich brauche nur Paketwerfer. Komm. Mein Auto ist weg. Die Schweine. Ja, ist ja nicht schlimm. Granate! Alter, ich werde. Granate! Wenn ihr, wenn ihr, äh, wenn ne Panzerung fehlt... Granate! Alter, ich bin tot. Okay. Granate! Ja, ich bin bei mir, da, ich konnte überhaupt nicht. Ja, ja, ihr müsst euch was abdenken. Ja, ihr müsst euch was abdenken. Komm, komm wieder rein. Wir haben nicht raten. Ich bin auch tot. Alter Schwede. Ja. Okay, ist vorbei. Ihr müsst euch was abdenken. Wir müssen mal gucken, äh... Ja, 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 ja. Ja, da, wo ihr eure Autos geparkt habt, die waren ja komplett weg. Das bringt ja gar nix. Ja. Das bringt ja überhaupt nix. Ja, ihr schießen so groß aus da rein, ey. Ihr müsst euch da unten besser... Ähm, du, Ditchi, hier vorne ist es halbes Wild. Ich kann vorne die Seite abdecken. Äh, bitte mal, das Bild nach oben. Ähm, ich kann die Seite abdecken. Bild nach oben geht nicht bei mir, weil sonst würde ich meine Aufnahmen abbrechen. Okay, das ist blöd. Da müssen sie alle wirklich mit uns... Der, der, der Brain legt sich auch immer die Tasten so, dass er im Spiel gar nix mehr verwenden kann. Äh, nein, das ist der Don. Umnimmst du nicht F9? Nein, das Bild nach oben ist Standardbelegung. Aber ich muss den nicht drücken, Hauptsache der Großteil der Leute. Ich sag, äh, Ditchi, du kannst natürlich auch die Treppen da einfach runterkommen und... Ich will aber, dass du diese Taste drückst, Marc. Nein, mach ich, mach ich denn. Ich hab gehört, die ist so einsam. Weil das Problem ist, wenn du da drüben stehst, ist leider das, dass du halt, äh... Wie soll ich sagen, du siehst nicht links, die durch die Gasse kommen. Die schießen immer auf Brain und Pillow, ne? Okay, alles klar. Geht's direkt weiter jetzt, oder? Nein, das ist eine ganze Szene nochmal. Die kommt auch her, labert, die werden die Nigger wieder sterben sehen. Hey, das ist... Hast du gesehen? Yeah. Yeah. Parcours. Slide. Ja, ja, Entschuldigung. So, ich kann jetzt eigentlich schon runtergehen, ne? Oder muss ich jetzt hier oben warten? Ne, ne? Ne, musst du nicht warten, ne, ne. Sagt dir jetzt. Versucht, schaut, dass ihr euch da wirklich sehr gut abdecken könnt. Gebietsüberschreitung. Ne, ich muss oben bleiben. Ich muss oben bleiben. Ich muss oben bleiben. Achso? Ja. Hahaha. Komm, wir versuchen es mal gleichzeitig. Ja, okay, warte. Warte. Gehen wir auf die andere Seite? Gehen wir auf die andere Seite? Gehen wir auf die andere Seite? Okay. Okay. Ja, ja. Alter Schwede. Ich will den Schwarzen nicht mal ins Tor gelassen. Sorry für den Ausdruck. Hey, warte, dass er stirbt, oder? Komm, wenn sich der Ditchi da hinter dem Schild versteckt hat. Welche Typen? Wir sind ja noch ganz allein. Ja. Soll froh sein, dass er jetzt gleich umgebracht wird. Weil er keinen Ärger kriegt, dass das Auto kaputt gefahren hat. Okay, das wäre okay. Okay, das wäre gut. Ja. Aber der musste, weil da lag ein Auto im Weg. Deswegen ist er wahrscheinlich gegen die Mauer gefahren. Der ist nicht dafür gescriptet gewesen. We got it. We got it. We got it. Eigentlich müsste ich so ein Auto vom FBI mal klauen, ey. Kannst du aber nicht speichern. Also vom FBI glaube ich auch nicht. Muss mal probieren. Boah, der versteckt sich. Es geht los. Boah. Kannst du sie hier lösen? Komm doch mal raus, hier. So, du mal. Hey. Ach, ich muss nachladen. Scheiße, ich bin tot. Wieso kann ich mich nicht verstecken? Du kannst doch wiederkommen. Boah, ich bin auch schon tot, ey. Was ist denn das? Ich schieße in den Kopf, denn die sterben nicht, ey. Pillow, ich gebe dir einen Tipp. Komm zurück hier in die Garage rein. Hier ist eine Garage, die aufgeht. Wir können uns da dann dran verstecken. Weil wir zwei sind wirklich unten auf dem Präsentierteller. Ja? Ja, DJ auch. Also oben, also hinten hat er ja gar keine Chance alleine. Ja, ich hau meine erste Rakete auf das Auto. Da kommt ja noch mehr. Das ist ja nur die erste Welle. Ja, aber wenn wir die erste Welle mal überlebt haben, ja. Dann können wir uns ein bisschen verteilen wenigstens. Morgen in der Früh um vier schaffen wir's. Festplatte. Also das ist ja der Fall. Ich meine, wir dürfen ja zwei Leute, die sterben. Wir haben das letztens, äh, ähm. Dann machst du das auf hart und dann hast du noch 15 Besuchungen. Dann kannst du 15 Mal den Nika sterben sehen. Kannst du dir die Universität so gut vorstellen, ne? Alter, später. Man kann's aber auch nicht überspringen, ne? Nein, geht nicht. Ich hab schon alles. Fehlt nur noch, dass er vor dem Auto her reitet. Oh, Joel! Jetzt fängst du um was. Komm, Frami, wir versuchen's jetzt. Okay. Wie heißt eure Völkern bei YouTube? Nur toll! Nochmal, nochmal, nochmal. Das ist ja gar geil. Ah, was ist jetzt? Oh, ich hab geschossen, Entschuldigung. Also die 50 Mal scheinen wir heute auch zu knacken. Ich würde gerne einen Timer ein Dings haben im Bildschirm. Ich weiß nicht, ob ich das rausschneiden oder drin lassen soll. Du bleib drin. Ja, aber dann habe ich irgendwann eine 40 Minuten Folge. Das ist ja auch nicht normal. Ich bin ja froh, dass DxToy funktioniert und dass das hier funktioniert. Und mein Ladevorgang? Dich habe ich. Ja, aber... Ah, ja, okay, gut, hat funktioniert. Wieso sind wir jetzt noch zu dritt? Warum bin ich jetzt am Hauschen? Bist du rausgeflogen? Nee, ich bin aber an der... beim Hotel. Ja, jetzt muss ich... Im Ernst jetzt? Ja, aber mir fehlt es doch gerade, oder? Ja, ich bin am Hotel. Ja, warum? Meine Ahnung, und mein Auto ist... Er ist aber dabei. Er ist aber auf jeden Fall dabei. Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich noch nicht mal mein eigenes Auto hier verstanden. Da muss ich mein Auto klauen. Ein Vietzschau, yay! Ja. Ah, nee, ist er gar nicht mein... Ist er gar nicht mein... Achso, jetzt muss ich nach unten, oder was? Bin gleich da. Jetzt muss ich runter. Und er muss hoch, glaube ich, oder? Ich bin... Bin ich nicht mehr bei euch jetzt? Ja doch, in der Session schon, aber halt nicht... Nicht bei uns im... Im... Doch, begeblich zum Treffpunkt. Aber bei mir steht auch da, ich muss... Ach, du musst die Fahrt nochmal machen und wir sind schon da. Ja, superklasse. Yay. Ja, ich gehe noch nicht in den Punkt da rein. Ich warte, bis der Brain da ist. Ja. Wie dumm, ey. Ja, warum musst du das? Hast du schnell Neustart gedrückt? Nee, hast du gar nicht, ne? Nee, gar nicht. Wahrscheinlich deswegen. Was denn? Dass du, wenn du das nicht drückst und nur zwei Leute drücken oder so, dass dann... Nee, 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 dann macht doch nur die ganze Gruppe. Hm. Normalerweise reicht ja die Mehrheit und dann geht's weiter automatisch. Auch die, die nicht drücken, oder? Ach. Ich säuber mir mal das grüne Auto. Mit deinem Arsch, oder was? Schwupp. 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 Wupp, schwupp. For the people. Wie da geht er nicht? Ist auch so... Wo ist die Garage, hast du gesagt? Rechts oder links von dem Punkt, wo wir starten? Ah! Boah, Titschi! Hi, Jungs! Sorry, hab' ich schlafen. Geil, ey. Kann ich den Donuts eigentlich da noch reinhauen? Nee. Nein, hör auf, sonst startet mir das wieder neu. Warte mal, warte mal, warte mal, rutsch mal drüber, wenn ich oben stehe. Oh, Mann. So, ich bin auf Position, alle Damen. Ich auch. Okay. Dann alle auf die Position und, ähm, versucht euch, wie gesagt, zu decken, ähm, in der Mitte des Springlings, habt ihr drei Seiten, ne? Ja, ich geh' in die Garage rein. Ja, rechts oder links von hier, wo wir stellen? Ja, ja, in dieses Cesar's Autopark hier. Ah, okay. Die geht auf, guck. Ah, tatsächlich. Verstecken wir uns einfach dort drin. Dann Donuts und Titschi machen den Rest, ne? So, mal gucken, ob ich's mal einparken kann. Ja, gut, der Don kann ja... Oder bleibst du da oben, umschießen? Bleib erstmal hier oben, ich geh dann nach unten, unten links rein, ne? Roten links, da hinten in den, bei dem roten Haus. Ähm, ja, äh, wo das rote Auto davor steht, unten links ist schon eine kleine, ähm, Eingang. Okay. Dann bleib ich hier oben. Komm, Kollege, fahr mal zu, ey. Oder ich geh' einen Stück höher gleich. Wenn, wenn ihr gut versteckt seid, dann geh' ich in den Stück höher. Na, da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht out of space geht, also ihr out of space geht. Oh, zu weit raus, aus dem Radius, ich weiß. Ja, ihr müsst euch halt da unten ganz gut decken, ne? Na, komm da. Weil hier oben hab' ich nicht so gut Deckung. Ich hab' nur zwei Schilder. Ne, wir wollten dich... Sex... sexuelle Gefälligkeiten lassen. Da sind meine Tildos drin. Da sind meine Tildos drin. Könnt euch mal was ausmachen, ja. Wir wollen alle mitspielen. Wir wollen uns den Syildos haben, oh mein Gott! Lauf! Move on, move on! Geh' auf, du Scheiße! Mach' doch die Scheiße Garage auf! Geh' euch aus? Noch, leb' ich. Wow! Wow, Mann, renn mir doch nicht in den Schuss rein! Rennt der mich einfach vor die... Wow, 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 da sind noch ein paar. Alter, da hinten auch, alter Schild, alter Schild, sind fast tot. Regenerieren oder irgendwas fressen? Ja, mach' ich das auch. Ja! Ja, nix ganz ruhig. Ihr müsst euch übrigens eine andere Position suchen. Was jetzt? Wer ist denn noch gestorben? Ja, ich bin zweimal gestorben, weil du mir einmal voll in die Flinte gelaufen bist. Dich hat's natürlich nicht zerfetzt, weißt du? Ich schieß' den Raketen in den Hinterkopf. Kunf ich auf. Oh, wie ist das?